Ok Gut, jetzt passt's. Ok. Puh, ok. Leg your skill level. 1,3,3,7, normal. Ist das was mein Skill? Hau hier ab'n Skill? Ich hab mir ganz kurz was zu trinken. Ah, 1,3,3,7 natürlich. Ok. Pro tip, different wifi networks will have better page load in time. You are Clint Edwards, an investigative reporter for one of the leading online news sites. You are investigating the mysterious disappearances and murders related to deep web. Ok. Ok. Aufstehen. Geht mit rechtsklick. Was ist das hier? Taschenlampe? Geil. Taschenlampe. Ich glaube ich muss noch ein bisschen lauter machen. Was war hier? Wendel Renski. Missing. Februar 2017. Supposedly started working for an organization on the dark web and disappeared. The report was provided by his twin brother, eh, brother Brian G. Clark. Wendel had taken his wife's name. He never cared for Wendel. We always joked, he is sort of the evil opposite of me. Putty is still my brother and I want to make sure he is safe. Nice. Das ist auch das Problem beim Dark Web finde ich. Das ist für mich so ein abgefuckter Ort, dass ich damit niemals irgendwas machen wollen würde. Ist das jetzt eigentlich abgesperrt? Jetzt ist es abgesperrt, oder? Weil ich immer denken würde, okay, da kommt jetzt einfach irgendein Auftragskiller und legt mich um. Deswegen... Da mache ich da einen ganz, ganz großen Bogen drum. So. Der alte Leon hätte das nie gelesen. Hä? Okay. Nodes. Okay. ANN. Noir Tunnel. Shadow Market. Zero Day Market. Was ist ANN? Anonymous Node Network. Noir Tunnel. Master Key. Shadow Market. Hier kein Tutorial oder sowas. Was haben wir hier? Ist hier noch irgendwas? Äh, 2016. Call Lock Through Seased Data. Multiple Calls from Unknown Caller. Cellular Network. Heavy Breathing Only. Always a Call at 10pm through VoIP. Night of Incidents. Who is Adam? Ist das? Was? Hat das mein, mein WiFi oder wie? Warte, hier ein Badezimmer. Halt! Puh! Diese Tür von alleine zu. Hä? Da ist mein Mikrofon. Und das schlägt aus. Äh. Start am besten mit den anderen Schwierigkeitsgarten neu. Ach, kriegt man hier kein Tutorial in dem Schwierigkeitsgrad oder wie? Okay. Brauche ich ein Tutorial ist die Frage. Braucht doch kein Tutorial Chat, oder? Ich kriege das doch locker einfach so gelöst. Ich habe Matteo ein bisschen zugeguckt. Ähm. Also ich brauche erstmal ein WiFi. Jetzt bin ich in meinem WiFi drin, oder? I'm able to connect. Okay, warte mal. Wie? Kann ich aus dem WiFi rausgehen? Disconnect da unten. Okay, okay, okay. Also. Ich muss. Macht man das? Wie hackt man? Wie hackt man zum WiFi ist die Frage. No VPN. Und. Okay. Tutorials of Bondrop. 7. Vielleicht brauchen wir doch ein Tutorial. Okay. Okay. Machen wir nur mal. Wie man hackt, man ruft an und fragt nach dem Passwort, zumindest nach meiner Erfahrung. Okay. Pro Tipp. Don't forget the flashlight. Ah. Das sind wir grad aufgehoben. Mit diesem Post. Das wäre ein großer Schock für mich als für ihn. Oh. Incoming call. Was denn? Oh. Wie sieht man Pulse eigentlich? Oh, ja. Okay. Oh, ja. Okay. Hier kommt eine neue Frau. Oh. Was geht denn da unten ab mit dem Untertitel? Mein Name ist Amelia Lewis. Oh. 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 Ich sehe das gerade nicht wegen meiner Facecam aber. Hier ist ein Chat. Was. 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 that's thing. Was. Was. gemacht hat. Das sehe ich wieder. Het estudiert. Das sehe ich wieder. Was ich woof tut. Was. ist mines. Im immobilien noch нар Tiffany.. Hallo? Ich muss mich, ich muss mich... Ja, was geht denn mit dem Chat hier ab? Kann ich auch warten? Hm. Es scheint Emilia zu einem Reporter, wie Sie. She might have dug a little too deep and caught the attention of some twisted individuals. She keeps on mentioning men in masks, which reminds me of a document I read a while back. They are more of a cult. No one really knows their official name, but online we refer them to as Noir. I'll send you that document to your desktop. Emilia seems to have a great deal of information. It could be a huge resource for your investigation. Lass mich mal sehen, ob ich diesen Schadow-Web-Title aufbauen kann, wenn du sie überraschst. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich glaube, er ist weg. Oh nein, hör auf zu buffern. Mach dein Licht aus. Der findet dich doch einfach, wenn du dein Licht anlässt. Mach das Licht doch einfach aus. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich meine... Ich bin in irgendeinem Wohnhaus. Ich weiß nicht. Es gibt hier fucking Maniacke. Bitte. Ich habe mich noch nicht gehört. Ihr hört doch jeder im... 20 Meter Radius. Bitte sag mir meine Eltern, ich liebe sie. Scriptet. Ich bin sorry. Press in sleeper. Ich bin sicher. Der Tunnel ist lockt. Using a Shadow Web encryption key. Der Key will be broken down into 8 different hashes. Scattered across the deep web. Okay. You must explore the deep web and find these hashes. Okay. The hidden hash will look like this. Okay. Each hash will have an index value associated with it. Okay. You must keep this in mind while you compile the master key. Okay. So, if you were to find a cache that begins with the number one. It will be the first sequence in the master key. Okay. Now a hash could be hidden anywhere on a page. Even in plain sight. So be sure to check the page thoroughly. Huff your mouse over everything. And see if it will activate a hidden hot zone. I would even check the page's source code if I were you. Okay. Another tricky thing about the deep web. Is that some pages will only be available during a certain time window. So if you come across the page that is down. Be sure to check back later. Okay. Upon your search you may come across. Threats. I'll have some documents on your desktop with more information on that. Okay. Okay. First of all offline. I don't have to worry online to be right now. Police. Cybercrimes Unit. CCU also. Pockets of illegal activity have begun to appear over our monitored deep web nodes. Be on the lookout for increased traffic in your networks. In accordance with the department's new cyber crime initiative. Varrants for forced entry will be given expedited approval. CCU will be filtering deep web activities based on heat map data of illegal sites visited attempts of felonies activity. Urban investigation will be conducted on the purposed suspect and the warrant issued if found necessary. Investigations also conclude that individual... 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 English. Indi... Indi... ... ... Individual... Individuals. So. so spricht man das aus individuals who constantly switch networks are not traceable dass Personen die konstant ihr Netzwerk ändern nicht traceable sind gut ok also ich muss die ganze Zeit mein WLAN wechseln Lukas Lukas Kumega served 6 years in the Polish land forces before recruitment into the JW Grom where he further served an additional 7 years Lukas then made a transition into the AW before his disappearance it was later discovered that Kumega had been receiving payments for Polish government secrets involving operations with the US via cryptocurrencies through transfer services on the deep web once an investigation had been opened it was soon learned that Lukas had been responsible for illegal torture and other violent war crimes Kumega was terminated from the AW and charged with treason upon being charged Kumega fled Poland and is believed to be providing contract killing services through his deep web contracts intelligence has yet to provide the location of Lukas Kumega through field agents though field agents have been attempting to connect reports of seemingly random homicides involving force entry with fatal gunshot wounds to the head and fatal gunshot wounds to the head shot through the victim's front door ach so oh lol der kommt nicht nur rein sondern er schießt auch einfach durch durch den Spion oder wie a very small number of reports believed by the CIA to be the same killer to be the same killer have surfaced from individuals who have been managed to hide while the attacker entered their homes curing a bald man in a suit Ok so that means we must hide when he comes while the CIA has reasons to believe that the man is Lukas Kumega equity ok 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 so WLAN wechseln in WLAN weOfEar we Löwe when Lucas kommt wie auch immer we have as myself over that he comes noir it all doesn't It doesn't matter who I tell anymore or what I say and No one believes me and I know they will find this and delete it. The government will deny the noir exists and keep simple minds at ease, but I know the truth. I just hope one illuminated mind sees this before it's too late. I know they are going to kill me, I've read about how they do it and it's happening to me now. There are phantoms appearing in the corner of your eye only to vanish into darkness letting you know that you have been chosen. If you find yourself looking over your shoulder, do not linger in the dark, they will find you. If you approach a man in a ghostly mask, run and hide. If you don't, you are in their trap and you are already dead. I heard if you turn away from them and show your back count from 30, they disappear. I hope I'm right. What? Also, if I see someone with a mask, should I run and hide myself? or… Or just ignore myself and trace myself from 30 or else? Or like… Okay… Oh! 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 Äh, was? Ähm. Tut es gehackt? Oh. Ich wollte mich nicht ausschalten. Ich wollte mich aufstellen und mich umdrehen. Okay. Wie schalte ich es wieder an? Hier. Okay. Breather. Ähm. Police responded to a call reporting a man wearing a hoodie and what happened to be a surgical mask entering an alleyway followed by pounding sounds and screams. As described by a corner, investigators found the body of a 27-year-old Charles Robert died inside the building attached to the alley. The case detectives report robots tried to escape by hiding in the building's back entryway but damage to the door and clear signs of a struggle inside the building suggests that the attacker managed to kick in the door and overtake robots. The corner report reveals that the victim suffered 13 stab wounds to the abdomen and neck. Okay. Will mich hier eigentlich alles töten in diesem Spiel? Okay. Zone wall. Ah. Zone wall is an integrated firewall suit per meme defrager. Mem defrager will be present with a set number of sliders that look like this. The goal of this tool is to stop the green sliding block on the red dots. Okay. Test tag. Test tag. Es wird viel langsamer als eben. Mem defrager. Instructions. The way this tool works is to correctly replicate the sequence of letters and numbers that are presented to you. You will be presented with these letters and numbers like this. After the sequence is complete, you must memorize the sequence and repeat it like this. Ah. Okay. If you happen to forget the sequence, you can hover your mouse over the center node and refresh the sequence of numbers. Limited time use. Okay. Here. Six. Easy. Stack pusher. Das hatten wir nicht. With stack pusher you will be presented with a stack grid like this. Successfully defend against the stack overflow attack using the stack pusher you must push the stack nodes. Also. Die pakete hier to the popper node. Das Ding hier. Stack nodes can only be activated with the pusher node. Das Ding da. What? The pusher node can go anywhere on the grid to activate the stack node. Once the stack node is activated, its movement will be limited to the 3x3. Ah. 3x3. Okay. Ich verstehe es. Also man muss die Dinge aktivieren, dann kann man sie in 3x3 grid um dieses Ding herum bewegen. So. Node hexa. Das hat mir jetzt gerade. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. With node hexa tool you will be presented with a networking node currently associated with your connection. These networking nodes will constantly change the node network will look like this. Mhm. There are two types of nodes to be aware of. Alpha node. Okay. Beta node. Okay. The goal to solve this tool is to connect the corrupted nodes from the starting node. A corrupted node will look like this. Okay. Was? Das sieht doch genauso aus wie der hier. Achso, die ist umrandet. Okay, verstehe. The tricky thing is that node hexa with node hexa is that you can't connect two of the same node types to each other. For example, you can't connect alpha to alpha or beta to beta. Ah, das war gerade mein Fehler. Ich habe alpha mit alpha connected. Vonciswang in development. Ahh, okay. K esse. Den, 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 den. Hey, fixe. also den mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem easy ich bin profi okay und jetzt können wir schon loslegen oder wie okay dann gehen wir jetzt online und gehen ins ANN sehr richtig langsam welcome to the deep wiki fresh new links burned at the stake unable to connect okay meint ihr manche seiten gehen nicht da muss man später noch mal gucken wir haben jetzt zehn uhr dreißig das merken wir uns cleaning services asset disposal okay irgendwelche sachen im text die man als link klicken kann nee 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 hier nee 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 kann man das bild klicken nein kann man hier was klicken asset äh die bonjour stream url wäre wirklich mal interessant äh als ob das geht for real oh geil neue seite für irgendwas dass man klicken kann nee okay animal six feet body ah begraben also eine leiche unter einem tier und wenn da irgendwas anschlägt denken oh hier wurde nur ein tier begraben und da drunter wird dann der körper begraben hier ist nichts okay gehen wir weiter er hatte den sensierten streaming mode an ich habe nudity ausgemacht in optionen irgendwo gibt es keine links glaube ich allerdings wir können hier den source code checken wir keine links überhaupt wir sind clear chat wir können hier auch nochmal irgendwelche versteckten links äh hier link aber das ist oben oder link on hover link on hover acid achso ja die sind hier oben acid barrel freezing no ansonsten sehe ich hier keine versteckten links nochmal auf acid ich bin jetzt schon echt ziemlich lange hier auf der seite ne gucken wir mal in source code ne ok wir gehen hier weg weißt du dass matteo irgendwann mal andere wifi's gehackt hat aber das wurde mir jetzt noch gar nicht beigebracht ich glaube ich müsste gleich schon offline gehen oder weil ich bin schon ziemlich lange jetzt irgendwie in dem irgendeiner ich glaube ich habe nichts hinbekommen ich glaube ich habe nichts hinbekommen heck geblockt es geht ja wirklich es geht ja wirklich versuche ich wof 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 w합니다 wof 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was passiert? Ist hier halt nichts? Ich habe keine Taschenlampe, ich vergesst nie mitzunehmen. Ich habe keine Taschenlampe, ich vergesst nie mitzunehmen. Was soll ich machen? Ich schaffe es dir nicht raus. Oh ne. Okay Leute, ich glaube ich muss das neu starten. Okay, aber wir wissen jetzt wie es funktioniert. Nimm direkt die Taschenlampe mit. New Game, warte. Okay. Okay. Hey warte. Hm. Was macht denn der 137 Schwierigkeitsgrad anders? Ist das nur kein Tutorial? Und dann macht er noch was anderes. Warte. 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 Ich ziehe es erstmal ab. Und wir nehmen die Taschenlampe. Wie geht das? Ja, letztes Mal war es Tee. Wo geht Tee nicht? Okay. Ich hörte, du warst mich für mich. Du lebt mit 95 Kb in Sekunde. Oh, warte. Ich stehe mal jetzt hier ein bisschen durch. Hier schwerer, okay. Mein Name ist Amelia Lewis. Jemand hat mich verabschiedet. Ich weiß nicht, woher ich bin. Es ist... Ich muss gar nicht weitermachen, ne? So. Das heißt, wir gehen jetzt hier ins ANN. Und legen direkt los. Worum genau geht es in dem Spiel? Ähm. Du hast gerade diese Frau da gesehen. Wir müssen das Dark Web durchforsten und gewisse Hash Keys finden. Die uns irgendwie so ihrer... ihrer Node durchstellen. Damit wir rausfinden, wo sie ist. Und wir Hilfe hinschicken können. Ich glaube, so... Das ist so das Grundprinzip. Und ich forsten jetzt das Dark Web. Nach diesen... Nach diesen Keys, quasi. Wir müssen uns dabei vor Hackangriffen schützen. Und vor irgendwelchen Auftragskillern, die... Alter, what the f... Uns töten wollen. Hier noch irgendwas. Sign in. Was kann man da machen? Log in. Key. Hab ich schon nicht. Ah, okay, okay. Nee, warte. Baum. Geht nicht. Okay, okay. Deep Vape. Vape Nation of the Deep Web. Okay. Auch nicht. Die zahlen neben Leon, das ist mein Puls, mein Puls muss haben. Okay, Drone Spy, Selling Videos of Drone Footage, Invading People's Privacy. Hm? Drone Spy, Videos, Spy for me, ist noch im Text irgendwas versteckt, ne, Videos. Drone Spy, I have a collection, okay, Wallet, Videos, das geht nicht, Spy for me, hm? Hit me up if you want something, Dr Drone, okay, können wir auf diese Seite gehen? Nein. Dürfen mir kleine Tipps geben, äh, dürfen kleine Tipps gegeben werden? Äh, im Prinzip ja, würde ich sagen. Link, Drone Spy, Drone Spy hat einen Link? Ne. Hallo, ich will einen, ich will einen Source-Viewer. Link, Relative Style Sheet, Thema Webpack, hier ist kein Hash drin. Videos gibt's glaub ich nix, ne? Mal hier nochmal rein. Okay. Ich glaub wir sind hier durch. Wait, ist das hier ein Hash? Ne, ne? Das ist doch kein Hash hier, oder? Ich glaub nicht. Engrave. Huh? Do not break the nine. Okay. Was für ne neun? Und Bilder vielleicht? Blackwaters hold, äh, hold the ground from us, but we will have to control, äh, we will have to control of them in the end. Do not stand for this? Huh? Hier kann man draufklicken. When the gate is cold, the iron will flame. Gate is open. Kann sich gerne wieder schließen. You have been warned. Ne, ich bin nicht 1337, ich bin normal. Ist hier noch irgendwo was? Oh, warte, hier war irgendwo was, glaub ich. Okay. There is nothing but the end. Irgendwann hier links? Links. Random side get out. Was? Okay. Okay. Ganz viel Junk-Code anscheinend. Ähm. Kein Link, kein Link. Hier ist ein Link. Gate open, genau, den hatten wir. Junk-Code, Junk-Code. Sonst nichts. Dann haben wir hier ab. Ein bisschen Angst, ich würde eigentlich gerne jetzt hier aufhören mit dem Internet, weil ich bin jetzt hier so lange schon drinnen. Ja. Noch eine Seite. Evidence Locker. Leaked official in Media, Pictures and Documents. Real leaked official in Media. Ein Link, hier sind Links. Official Fotos und Videos. Rape Cases, Purchase, ein DOS-Coin pro Monat. Mörder Cases, Autopsien, Car Accidents, Photographs and Video Evidence from Suicide, Bombings, Assaults, Military Operations, Police Raids. Was ist denn, was ist denn der PGP-Keyblock? Hier irgendwo ein Hash vielleicht drinnen. Hier noch was. Hier noch was. was ist genau das gleiche ich darauf geachtet es sieht gleich aus ich glaube wir sind hier durch was das eine seite tribute okay wir sind weg da ist eine e mail aber ich kann ja keine e mail schicken oder ich habe ein bisschen angst ich würde jetzt gerne glaube ich aufhören also pc zu sitzen ja warum kann ich die tasche nicht benutzen wir können es passiert nichts dann sicher ist ein streaming modus eingeschaltet hast was der streaming modus ist ich konnte nur die nudity ausmachen also im streaming modus gab es doch nicht extra in optionen ja es gibt eine nudity of microphone window mode ein streaming modus sehe ich da nicht continue nudity muss das nicht on ob nicht ne die kann ich jetzt anderes netzwerk hacken chat wie geht das muss meinen noir tunnel das unsichtbar es ist jetzt packt oder wie und nachher das sind dokumente hier sind verbracht mussten wir kaufen jetzt geht's und er hatte jetzt alles nicht gespeichert oder wie nr na l vom l l l l l Lol. Okay. Ich habe vergessen, dass ich über DOS-Coin erwähne. DOS-Coin ist eine Kryptowährung, die in der Deep Web benutzt wird. Du brauchst DOS-Coin, um Upgrade und Items zu helfen, die dir auf dem Weg zu helfen. Wenn du in der rechten Seite seht, das ist, wie viel DOS-Coin du hast. Das Ding brauche ich hier. Ein Remote VPN ist ein System, das dir DOS-Coin generiert. Hm, okay, mit dem VPN kriegen wir DOS-Coin. Nun, irgendein Hardware-Item, das du aus dem Shadow-Market verkauft hast, wird durch einen Deep Web-Drone zu deiner Debt-Drop-Lokation. Das ist, wo dein Remote VPN nicht located ist. Um dort zu finden, gibt es einfach eine E-Signal-Package. Wenn du auf dem Paket hast, die Items werden für dich. Das ist es. Okay, geil. Warum willst du Sky-Break? Wir können hier hart die WLAN von den Leuten hacken. Da müssen wir unser eigenes gar nicht mehr benutzen. Okay. Wir haben jetzt quasi nichts mehr, oder? Ähm. Kein Progress. Der ist alles verloren gegangen, glaube ich. Wirst du Gears Tactics spielen? Das habe ich mir heute angeguckt. Das sah ziemlich geil aus. Ich glaube, ich werde da mal reingucken. Looking to score some extra DOS-Coin. This one-time-use script will steal DOS-Coin each time you block a hack. Ja. So, Sky-Break. Initializing. Welcome to Sky-Break. You have the following crackers installed. VEP. Does not a recognized valid command. Type help for information. Help. Okay. Exit scan probe crack. Use this command to scan the area for active VEP networks within range. The friendly network name you see in the network manager, the network device address. Okay. Also scan ist jetzt erstmal unser erstes. Scan. Oh. Äh. Scan. Ne. Ich spiele nicht den 1337 Modus. Okay. Ich habe hier zwei Netzwerke. Machen wir nochmal help. So. The strength that the signal carry the lower the better. Also ich brauche wenig power. The signal that this wireless device is operating on. Okay. Also ich nehme den 67er. Also den hier oben. Ähm. Probe. Use to scan the wireless device ports to find an open one. B is this ID. Network device ID in which you want to target. Start port. Starting port in which you would like to be in the scan. Range from 1-1000 and end port. Crack. Use the crack. Use to crack the password of a wireless network. Okay. Also ich brauche zum proben bssid start port and end port. Das heißt der hier. Ähm. Also. Rack. O. V. Doppelpunkt. R. C. Doppelpunkt. D. E. Doppelpunkt. A. 5. Doppelpunkt. 6. 2. Und dann 1-1000. Richtig? Anfangs port and end port. Could not find a network with the bssid. C. C. Das ist ne 0 und kein O. Oh. Wird das die nochmal? Ok. Ja. Das ist ne 0. Could not connect to network R C Nein Probe? Ach ich muss proben, stimmt Ihr habt recht 0 V Ne warte ich mach einfach Gehen da und dann machen wir Hier vorne Probe Ah geil Ich bin ein richtiger Hacker Danke an Mondai Für 27 Monate Und danke an KabufTV Für 19 Monate Geil Und jetzt hacken wir uns hier rein oder wie? Nice Okay Noch ein bisschen Crack machen Dann wieder die BSSID Dann Channel Und dann den Open Port Channel ist 8 Und dann das da Okay Wir sind ja richtig gut Welche ist Alter Wir hacken den Hacker Zack Pusher Das kann ich gut Hack geblockt Und wir haben 3,5 DOS coin bekommen Nice Okay da ist der Port Das heißt wir wollen jetzt Crack Dann Channel 8 Und der offene Port ist 7,2,9 Das schreiben wir uns am besten direkt auf Dann dauert das Das ist ja komplett durchhacken Oh Also Ich glaube der Name von dem Ding ist D Oh warte Hier D 5 9 7 0 9 Und das Passwort ist U1W2E3R4T5 Okay chat Wer von euch hat dieses Passwort Soll ich sein Passwort jetzt ändern? Dann gucken wir mal Da ist es U1W2E3R4T5 Connect Mist Ich Verdammt Das ist mein WLAN Ja wir machen jetzt ein bisschen Schmuddelzeug mit deinem WLAN Hehehe Herr Sorge ist mir Der Hacker Ich bin ja wohl hier der Master Hacker Warte wir gehen nochmal hier auf den E-Relay und holen uns noch einen neuen Backdoor Hack Oh ist er doch gespeichert Okay Evidence Locker Evil Collection Passwort lautet Passwort mit einem Add und einem 0 1 3 5 Home Image Links Chat Also wir haben hier Fullscreen Home Image Links Chat Chat hier Begin PGP Public Keyblock End Last Update So ganz mal bei Home Ach das ist Home Ein bisschen Angst ne Das ist mein Images I self-browsen Die Web Creepy Random Dank Memes Oh ich will Dank Memes gerne sehen Ich will mich mal kurz um hier The Folder is empty Ich darf mir darauf hin was du Falls dir mal ein Key übersieht Du darfst sagen Ich soll mich nochmal umgucken Aber ich würde nicht sagen Dass du sagst Da ist ein Key Könnte ich allgemein immer sagen Wenn ich mich nochmal umgucken soll Wenn ich irgendwas übersehen habe Keine Memes nehmen Creepy Older Content Irgendein Link auf einem Bild Nein Okay Wir gucken uns nochmal die Images an Und gehen hier nochmal zu random Ich schalte ein und sehe das Siegel von Baphomet Leon gehörst du irgendeiner Letztem Organisation an Ich bin hier nur Ich bin Forscher Iiiiihihi was ist das Okay wir gehen auf links Oh Oh Was Places to mess around A&N Book Babytime More to come A&N Book A&N Book Kann ich das hier nicht auch abschließen Nein Nein Aber ich kann rausgehen Aber ich kann rausgehen Lieber nicht A&N Network A&N Book A&N Book Is not free It takes a lot to keep our services Das ist 1,4 Das coin Ne Danke Okay Ich glaube wir switchen jetzt das Network einmal Wir gehen jetzt mit unser Home Network Ich will nicht wissen was es für abartiges Krankes Zoll tatsächlich im Dark Web gibt Also ich glaube das Dark Web ist ein sehr spezieller Ort Da hat man Da hat man glaube ich nix schönes dran Okay 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 Wir blocken das Hardcore ab Okay wir blocken das Hardcore ab Ich bin eine Hacking Legende Liegt euch nicht mit mir an Ich habe irgendwie Angst Ich denke mal wenn ich gehackt werde Das habe ich gleich Warum kann ich meine Tasche nicht benutzen eigentlich Was Warum Okay Flame Da wollten wir gerade drauf Das geht nicht Ein Fortune Cookie Test your luck Oh ich bin richtig lucky Leute Ich bin ein richtiger lucky Typ Pick another fortune cookie Lustig Also heißt das ich soll einfach Refreshen Vielleicht muss ich einfach nur Refreshen Ich weiß nicht mehr Muffin und hab Glück Oh mein Gott Leute Der ist gefühlt Der ist gefühlt Leute Mit so einer Schokocreme Das wird ja auch etwas Geil Muffin Hat irgendwas runter gefallen Geil Muffin 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 Weck mir jetzt das nächste Netzwerk. Netzwerk. Scan. Geh hier offline. Äh, was? Scan? Help? Hä? Achso. Ähm. WEP? Fuck! Alter! Warum geht meine Taschenabbe nicht? Okay, welche Hotkeys Taschenabbe, Chat? Welche Hotkeys Taschenabbe? T, oder? F. Nee, ich hab da keinen Bock drauf, Leute. Es war gar nicht abgeschlossen. Ja, T wie Taschenlampe, Leute. Was? Oh. Hier ist Licht. Wurde ich da rein? Ich warte mal hier ganz kurz dran. Ich hab ein bisschen Angst. Work Order. Replace Door Lock. Break Trips. Welche Etage sind wir? Ne 8er? Ne 8er? Aber nicht 8.01, oder? Oh, ein Laufschling. Ist das mein Apartment? Ne Kamera. Abschließen Ich bin glaube ich sicher Oh, da kann irgendjemand in meinem Bad sein Was drauf, wenn irgendjemand drin ist, oder komm Was? Ähm, gern Weil ich kann auch mal den hier umsetzen, meint ihr, ne? Hier Dann finde ich auch andere Netzwerke Nochmal scannen Ich zieh mal ganz langsam den Duschvorhang zurück Ey Klingt fast nicht an Äh, oh, ein 60er, Suddenlink Dann machen wir mal Probe SR GK JW AV 2 C 1 Bis 1000 Channel 3, merken wir uns Z-Mapier ist das neue Währungsmittel Habe ich immer am Start Chat Hier, ne? Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid Ich versorge euch Ich weiß jetzt einmal schnell meinen Muffin rein Der Muffin hält mich am Leben, Leute Er sorgt dafür, dass ich noch normal bleibe und nicht meinen kompletten Verstand verliere Schreiben, schreibt mir schon eine Rolle Club Mob hier Ich habe ein paar mehr als einer hier Das im Case Ihr wisst Bescheid Falls ein Einbrecher kommt Und mich ausräumen möchte Dann gebe ich ihn einfach hier direkt Hier ist schon alles vorbereitet Kann er das mitnehmen und dann wieder gehen Bereite mich nur darauf vor Falls ein Einbrecher kommt Bin ich bereit Dann kann er einfach das direkt mitnehmen Lässt mich in Ruhe Zieht dann ins Wege Alles ist gut Die beiden sind zufrieden Oh Open Port Das heißt wir machen jetzt Channel 3 Port 710 Und wir cracken den Abgeschlossen Abgeschlossen ist, ne? Ja So, alles normal aus hier By the way, Leon Ist deine Tür abgeschlossen? Die wird im echten Leben Der Beide abgeschlossen Die sogar zweifach Machen wir hier ein bisschen Wärmeres Bedämpfteres Licht Uh Okay Wir haben neues WLAN Ladenlink Auch Q1 Ah W2 E3 R4 Das wird Hottel Wenn die wüssten, dass sie das gleiche Passwort haben FBI Surveillance WLAN Jetzt sollten wir das als nächstes hacken Q1 W2 E3 R4 Hier, wir sind dran Gucken Warum bewegt sich dein Hubvorhang hinter dir? Hey Leute, hört auf mit dem Scheiß Das ist nicht lustig, okay? Das ist nicht lustig Hört auf So, funktioniert fuck you jetzt? Funktioniert fuck you? Ha? Nein Tag Meister Schönen guten Tag Peinlicher Affe Hallo und hallo Chat Hallo Shape Hackers for hire Hire hackers to do tasks Kann ich Hacker hirn, um die Hacker zu hacken? Das wäre nice Ich auch nicht Wo gibt es hier gar keine Seite? Also wenn du darauf reagierst, ist das schon lustig Alter Hör auf mich zu hacken Chat, das seid ihr, oder? Ich weiß es genau, ihr seid das Ihr hackt mich hier die ganze Zeit Okay Aber warte mal Wenn ich den Hack-Insel blocke Dann kriege ich doch keine Dos-Coin Das heißt, ich verkack das hier extra Und mache dann die Dinger hier Ich habe fast 10 Dos-Coins bekommen Okay, ich bin einfach Official Reich Für ein Backdoor Und ein VPN Level 1, oder? Reduce the chances of getting hacked Bei 20% VPN Let's go Hier holen WiFi-Dongle Motion Sensor Remote Ah hier, das Remote VPN Darauf sollten wir gehen Das ist quasi ein Bitcoin-Miner Nur für Dos-Coins Nice, Maurice Maurice, ey Nur weil ich dich nicht eingeladen habe Die Family Okay Glaubt ihr, wir schaffen es, einen Hash zu finden, Chat? An-A-B-Do-Connect? Mann, wieso finden wir hier keine Seiten? Okay Oh, was seid denn? Ähm Hot Burners Burner Da ist Burner also hin Das ist ein Deep Web Okay, geht auch nicht Zwei, zwei Ihr glaubt, ich schaffe zwei sogar Ich wusste gar nicht, dass ihr so viel Vertrauen in mich habt Was ist Cotton Road? Geht das nicht? Geht das hier jetzt? Nein Die Dolz-Seite ist die beste Was ich ob ich da drauf möchte, wenn Boombo das sagt Ähm I am here Or am I Ich bin ein bisschen paranoid hier, ne? Da ist er, Chat, was muss ich machen, was muss ich machen, Chat? Was muss ich machen, soll ich hier umdrehen? Was muss ich tun? Chat, was muss ich machen? Chat, 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 das ist er, das Typ Was muss ich tun? Umdrehen Schieß ihn Also sagen Umdrehen Umdrehen 23 bis 30 und warten Und oben Ey, Leute Sind es 20 bis 30 Sekunden gewesen? Oder soll ich mich wieder umdrehen? Reicht schon Oh, ist weg Oh, ist weg Stell ich mir vor, ich hätte mir jetzt nicht aufgestanden Was weiß ich überhaupt für ein Klopfen gerade Was weiß ich überhaupt für ein Klopfen? War es ein echtes Leben? Wo kann es Klopfen her? Oh, ganz viele 1.00 Irgendwo was drin Irgendwo was drin Irgendwo ein Hash Ein Hash Oder ein Link Ein Link-Hash Hash-Link? Nein Da hinten ist eine Zahlenfolge Hier ist aber nichts Alter, ich werde mich jetzt einfach Ich werde jetzt immer aufstehen Und alles checken hier Was ist das überhaupt für eine Taktik von ihm? Er steht auf meiner Auf meinem Balkon Und haut ab Wenn ich mich umdrehe Muss bei dir natürlich gewesen sein Verarscht mich doch gerade, oder? Gibt es Gibt es hier irgendwo Was aufwendiges? Gibt es hier irgendwo einen Link? Nein, 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 nein Nej, nein, 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 nein Nene, nein, 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 keine Link Um noch einen Link denn kein Link? Irgendwo was Ist hier eine E-Mail-Adresse Aber E-Mail-Adressen? Damit kann ich nichts machen aktuell, oder? Vorhin dazu jetzt schon lange für meinen geschmack drinnen du die ich check mal wieder ja ich werde heute auf dem weg nach hause verfolgen ich habe toilettenpapier nimm es und lass mich in ruhe lass uns mal hier das filter auch noch hacken ok probe fw e i r u mann 1 u 0 c 1 1.000 hier ist alles clear alles clear alle cool hier alle cool cool gut wenn ihr cool seid mich auch cool ich will eigentlich ein messer nehmen warum kann ich das messer aus dem block nehmen mich damit verteidigen dann eine schusswaffe aber wir machen hier schon mal auf wir hacken filter richtiges hacker spiel wir sind komplett am durchhacken nicht paranoid ne ich werde jetzt mein dongle auch gleich umsetzen nach diesem hack das ganze ziel von spiel müssen so auf dark web seiten versteckte codes finden und die hier ein hier rein fügen das sind acht stück an der zahl und wenn wir die acht stück gefunden haben ist es glaube ich vorbei da haben wir es geschafft aber zu finden ist irgendwie eine echt mühselige arbeit und währenddessen an die polizei kommen unser appartement stürmen irgendwelche verrückten auftragskiller können auf unserer veranda stehen oder der strom kann einfach mal ausfallen der vorigen sich gerade bewegt hey leute auf damit wir cracken jetzt der channel ist drei und der port ist 954 ich habe es wieder falsch geschrieben es wäre so geil wenn man sich so einfach in wlan rein hacken könnte das ist super simpel funktioniert wirklich so chat kann man sich wirklich so einfach in den wlan rein hacken nee oder ich brauche nur irgendein programm damit ich da jeden port checker dann kann ich das einfach auch tracken oder weh ja doch wo kriege ich das programm her also jeder what the fuck nicht schon wieder ich habe keine lust kann aber keiner auf mich warten oder es wäre voll asyl wenn hier auf mich warten würde anmachen wieder raus hier und lauf 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 schnell in die wohnung schnell in die wohnung einfach einfach nur wieder in die wohnung jetzt wartet hier hoffentlich keiner abschließen abgeschlossen oder ja sind wir drin sind drin wir sind drin oh äh chopper chopper jeden filter passwort chopper warum tut ich mir das an aufzuschreiben ich habe das extra oder habe ich meinen habe ich nur ein backdoor gekauft chat kann ein backdoor oder glaub ich habe es aber ich hab es was oh ne man Ich habe kein Backdoor gerade Backdoor Hack Okay Wir sind aber drinnen Ab ins A&N Zu langsam Es waren zwei Helle nebeneinander Was passiert eigentlich, wenn wir mit allen Seiten hier durch sind? Okay Join us Noch irgendwelche Links Was anderes, was hier Welche Hashes Nein Den Join Link Das war's Noch Join us Okay Okay Wir sind noch clear Warte, es sind 9 Angels Hier sind aber acht Fingern, die hier gezeigt werden Hier ist schon wieder ein E-Mail Geht was, wenn ich hier drauf gehe? Wenn ich mit dem Vorhang los... Welcher Vor? Leute Verarscht mich doch, oder? Bitte sagt mir, ihr verarscht mich Und da bewegt sich nicht wirklich irgendwas Oder? Ja, ne, ihr treuert mich Ich kenne euch Ihr treuert mich Ihr treuert mich 100% Nicht Okay, okay, okay Unable Danke an Mondai Für 27 Monate KabuffTV Danke für 19 Monate Äh, Elav Danke für 20 Monate Schreibt Bonjour, hi Gehen schon mal auf die nächste Seite hier Äh, Cyberdeath Hat für 13 Monate gesuppt Katzenrubbler für 26 Und Royal mit Käse Für 24 Monate Schreibt Irrallah Wir rauchen dich, man Vielen Dank für die Subs Auch nicht Okay, ist alles clear Wir sind cool, ne, Chad? Wir sind cool hier Wir sind komplett cool Äh, wir sind richtig cool Ango down Wut? What the fuck? Okay Ich hab Angst, mich umzudrehen Ich bin neu in dem Game Ich hab's heute Ich fang jetzt gerade zum ersten Mal an Das ist mein erster Run Okay, es müssten 30 Sekunden gewesen sein Er ist weg Er ist weg Oh, ich werde gekkt Ich werde gekkt Ich bin auf die Ruhe Ich hab'n back to heck Ich hab'n back to heck Oh, wir haben alle Oh, der Chat Das sind wir alle Das ist jetzt, oder? Oh, wir sind komplett reich 43,8 Ähm Das connect Ne, äh, hier, wie machen wir das hier dazu? Oh, ich bin offen, ich kann nicht ganz Ich muss online gehen Äh, Filter Äh, warte Remote VPN, hier Das ist kein Miner Blue Whisper Warum powert der auf? Warum powert der auf? Was powert hier auf? Warum powert der hier? Warum wird hier gepowert? Er ist hier gepowert Äh, Q1, W2, E3, R4 Okay, wird geschippt Wird geschippt Schett Geschippt So, wir setzen uns einmal mit unserem WLAN-Dongel um Wir können ihn nach draußen platzieren Will ich ihn nach draußen platzieren? Nein, wichtig nicht Wo haben wir ihn hier ins Fenster? Hier ins Fenster E, E, P Scan Kannst du dir Schon den zweiten Dongel holen? Das weiß ich nicht 29er Power Das hätte ich nicht so gut Aber Naja Was ist gerade alles, was wir nehmen können? 1, 1000 Okay Mein Puls spiegelt es gerade echt nicht wieder Aber ich bin sehr, sehr angespannt Ich bin sehr angespannt Ich versuche extra ein bisschen ruhiger zu sein Weil ich bin ja hier in meiner Wohnung Ich bin ja hier in meiner Wohnung Ich bin hier im Nachbarn um mich rum Ähm Dann versuche ich so ein bisschen Nur ruhiger zu schreien Ich im Studio werde ich schon komplett am eskalieren World War Z ist gerade gratis Beim Epic Square Normalerweise 35 Euro Ey Okay Wer Bock hat Zuschlagen Danke West Berlin für die Für die Mitteilung Kannst du auch gerne immer ins Discord schreiben Da haben wir extra ein Channel Der heißt glaube ich Free Games Und da schreiben Leute immer rein Wenn sie irgendwo Free Games gefunden haben Oder wenn sie auch Keys zum Vergeben haben Oh Okay Wir cracken Channel ist 12 Und der Port ist 654 Ey Bislang sind wir cool Wir sind richtig cool Chat Gab es noch irgendwas Chat oder Ist dieser Typ mit der Maske Ist es gleichzeitig dieser Lucas Oder wie ist das Was stand bei Lucas Individuels to have managed to hide while the attacker entered their homes Describing a bald man in a suit Okay aber wie finde ich raus Dass dieser Typ kommt Ja und du kannst auch beim Tür spüren Und schauen ob da jemand kommt Aber da steht doch Dass Leute einen Headshot bekommen haben Durch die Tür Will ich nicht Ich will nicht gucken ob da jemand kommt Muss gut zuhören Vielleicht sind irgendwie Schritte oder wie läuft das Oh Passwort gefunden Ähm PWF 1,2,3 Irgendwas Passwort ist Awesome Okay Ich bin wieder online Ich bin wieder online 1,2,3 Kann ich kaufen will ich aber glaube ich noch nicht Hier das will ich als nächstes Dass ich die WPAs auch hacken kann Was immer das bedeutet Chat, wofür steht WPA Und vielleicht zum WEP Ist doch quasi die nächste Sicherheitsstufe vom WLAN oder nicht Ähm Tango Down Ich glaube da wurde ich gehackt als ich jetzt rauf wollte Wo ich eine Lieferung nicht habe Bin ich jetzt raus Ist die Frage Wir gehen raus Chat Kurz lauschen Dann müssen wir runter Ne Drei Wohne ich noch ganz oben Drei Auf Eins ist Erdgeschoss Okay Oh die Drohne kommt Verstand Irgendwas von Dass es hier auch einen Killer gibt Habe ich das? Das habe ich es Okay Okay Pfff Da muss ich hin, okay. Was hast du? Eine von dir und eine hat dir Adam gekauft? Echt? Was ist das denn für ein neister Typ? Warte mal, wie kann ich die jetzt benutzen? Sie hat eine Taschenlampe an, da fühle ich mich sicherer. Ich bin damit deutlich sicherer. Der erste ist kostenlos. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit schon meinen können. Er ist zurück in deine Wohnung. Natürlich. Und ich... Okay. Muss ich jetzt hier ablegen oder wie? Oder wo? Oder was? Wo sind die Chat? Wo liegen die? Abschließen. Ich will die Dinger... Ach, da sind sie. Oh, grün. Jetzt sagt Bescheid, wenn ihr grün seht, okay? Okay. Er muss jetzt echt runter. Rot. Okay. Okay. Hä? Wie? Hä? Wie? Hä? Ich bin hier nah da. Ich bin hier nah da. Ich bin hier nah da. Okay. Vielen Dank. Wir kriegen keinen grünen Chat. Wir müssen uns mit Gelb oben zufrieden geben. Wir müssen uns mit Gelb zufrieden geben. Vielleicht oben? Es geht noch weiter nach oben, ne? Hier ist Gelb. Ich habe Angst, dass du nur woher bist. Was ist denn auf dieses Haus? Es ist immer noch nur Gelb. Hier ist das Dach. Jetzt hier hin. So. Jetzt ist der Strom weg gewesen. Mein Taschenappel geht nicht. Mhm. Finde ich auch cool. Wo ich den zweiten jetzt auch noch schnell anbringen, Chat. So, geht's zu? Ne? Okay. Okay. Auf dem Balkan? Was auf dem Balkan? Taschenappel geht nicht mehr. Bist du mit Batterien oder sowas? Aber ich kann den auch aus dem Balkan anbringen. Okay. Oh Gott. Ich meine jetzt PostCoin. Das ist gut. Warum habe ich kein Internet? Was war das Passwort hier? Awesome. Ich weiß nicht, ob ich die anderen Etagen auch kann, aber ich habe irgendwie Angst vor. Jede Tür ist... Ich will Geld. Das ist das Hetzte, was man kriegen kann. Ich will ein anderes Wehlan. Ich habe Bock mehr auf die hier. Ähm... Disconnect. Ich bring ihn jetzt draußen an. Warte. Okay, ich habe keinen Bock draußen zu sein. Ich will wieder ran. DEP. Scan. Okay, wir scannen. Nein. Warum? Warum nicht raus? Warum soll ich nicht rausmachen, Chat? Und sich nicht rausmachen. Hier Tür ist offen. Also, ihr macht mich... Ihr macht mich kirre, ne? Ist nicht bewusst. Zugeschlossen. Hier ist auch alles zu. Mach mich... Ihr macht mich kirre. Ihr macht mich kirre. Ich brauche einen Schluck Wasser. Ich brauche einen Schluck Wasser. Nex mach mich kirre. Aber es liegt nicht an mir, Chat, oder? Ich glaube, es liegt an Twitch. Habt ihr auch was auf dem Flur gehört? Eine Spinne? Wo? Hey, Leute! Wart auf! Nicht durch? Ne, es wird immer noch Ports. Ich bedanke mich bei Exobob für 28 Monate. Schreibt... My time at Portia. Und hat dann, glaube ich, ein Key dahinter gepackt. Ähm... Wurde der schon vergriffen, Exobob? Wer ist eigentlich der Mitbewohner, Leon? Bin ich der Mitbewohner? Ihr gebetet mich doch, oder? Oder was macht ihr da hinten? Oder da drinnen? Im Chat? Und Siebohm hat auch noch für 28 Monate gesamt. Schreibt, geil, 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 kleines 3. Habt ihr schon noch 7 Sekunden weg? Ah, nee. Oh. Habt ihr den Port gefunden? Crack. RV. JC. 2. I. 1. B. R2. Channel 7. Und Port ist 501. Was? Ich hab' ich falsch gemacht. Ach, das B ist klein. Bin hier alles abgefahren. Ja, schon die Patrouille. Niemann im Fenster? Nee. Ist das clear? Ist das clear? Ich höre auch nichts auf dem Flur? Ich höre auch nichts auf dem Flur. Ich hab' hier schon mal auf. Wi-Fi AF. Oh. Nee, hier will ich weinen. Wi-Fi AF. Matrix. Nee, ist das was Falsches? Wi-Fi. Matrix. Let's get online. Müssen wir hier wieder ein bisschen Progress machen? Wir haben schon ewig keine Seiten mehr durchsucht. Und Seiten. Balkontür zu leeren? Hey, die ist doch zu. Die ist zu. Mann. Warum fand ich da immer noch drauf ein? Immer noch kein Key, oder? Nee. Immer noch kein Key. So, wo waren wir? Nach Porto. Ich glaub, hier waren wir Tango Down. Ah. Da wollten wir drauf, aber die gingen nicht. Gucken wir, ob die jetzt geht. Nein. Ist eine Katze hinter dir in der Gardine? Also eine Katze ist ja wohl das schlechteste Trolle, den ich jemals gehört hab. Wieso ist was geil, wenn jetzt irgendwie eine Katze so Miau nicht angreifen würde. So, Thanatos. Weiß nicht, ob hier irgendwas weggeschnipst wird gleich. Koala. Immer noch keine Seiten. Die Hälfte der Seiten geht halt einfach nicht, wie ich drauf möchte. Der Dollmaker. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Sehr viel Text. Hier ist irgendwas zensiert. Wir gucken in den Quelltext rein, ob hier irgendwo ein Link ist. Ähm. Nein, 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 nein warehouse 33 die freezes kommen anscheinend von twitch leider ich werde nicht aufhören aufzustehen ich werde für immer aufstehen in meinem leben ich werde nie wieder sitzen außer im stream ich mache warehouse 1 immer wieder checken ob hier irgendwo ein hitman ist auf meinem balkon immer wieder checken warehouse 1 ein link was anderes versteckt ist link klick warehouse die ganzen links ok gibt es hier noch etwas ex-center ok warehouse 2 alter hab ich einen back to hack gekauft chat hab ich einen back to hack nein nein kacke oh ne ich brauche einen back to hack warum mache ich immer dieses kack spiel da können die mir nicht irgendwas anderes geben brauche ich mal direkt zwei ich war auf der warehouse seite war ich noch nicht fertig noch chill wir checken noch warehouse fertig und dann müssen wir das wifi denk ich mal wieder wechseln in warehouse 2 waren wir gerade in warehouse 3 geht nicht gucken wir in warehouse 4 hier 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 keins mehr hier 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 Du. Wollte ich nicht gucken. Bist du. Muss mir überhaupt zu oft das W dann wechseln. Ey, ich weiß es nicht, aber ich mache es lieber zu oft als zu wenig. Ich mache es lieber viel zu oft als zu wenig. Bin ich ehrlich. We Rock. Rock Collection Site. Geil. Da wird sich der Dwayne freuen. Es wird eine exeinale Seite gibt. We Rock. We have many names. Musik habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Neh, meine Steuerung. Uh. Nicht der Shortcut. Table. Kein Link. Kein Link. Kein Link. Image. Image. We Rock. Wir sind wieder ein E-Mail. Was ist das für Steine? Your Data. Was ist das für ein PC? Ich komme nicht rein. Dit. Dit. Ich komme nicht rein. ich kann nicht rausgehen in den schrank welcher schrank ich kann nicht rausgehen ich kann nicht rausgehen ich kann nicht rausgehen mein flash geht immer noch nicht ich muss rausgehen ich muss das mailmenü ich wollte nie wieder aus diesem schrank raus ich kann nicht reden wenn ich im schrank bin weil das game achtet darauf ob wenn mikrofon angeschlossen ist ob da irgendein import reingeht ins mikrofon wenn das passiert dann macht man ingame geräusche dann kommt der killer in den schrank rein mein menü musste weil mein flash war verpackt und meine taschenlampe nicht mehr benutzen schrank ist einfach der als ob die taschenlampe leer gehen kann dann sie ich frage es an welchem punkt sind jetzt gerade mein dongle steht nicht bei mir auf dem tisch das steht noch draußen jetzt geht sie wieder ja jemand ist noch abgeschlossen oder war nicht abgeschlossen so uhr 1 b2 ich muss noch niesen ich muss niesen chat ich muss nämlich niesen das geht auch nicht geht auch nicht was sollen wir machen muss ich das nicht eigentlich ausmachen chat man kann es anbleiben aber hier die musik her ja ja ich gucke durch ein tür spiel und chat nicht vergessen so wird jetzt die seiten durch die vor nicht ging angst vor dem bauch scheiß angst vor dem bauch wir können theoretisch auch mit jedem wlan auf jede seite zugreifen chat oder allerdings mit dem wlan zu tun sondern einfach nur dass die seiten nicht verfügbar sind gerade ja ok ich würde dir empfehlen nochmal das tutorial zur keysuche anzuschauen was meinst du denn genau weil wenn ich das tutorial nochmal ang... so warte mal Tutorial zur keysuche meinst du ne? Noir? nee Tutorial kann ich mir ja nicht mehr angucken dafür müsste ich das spiel nochmal komplett neu starten hat die schon keys gefunden ich habe noch keinen einzigen key nein so fuck you hatten wir haters for hire ne hackers for hire haters for hire find ich auch geil da kann man sich einfach irgendwelche hater bestellen die vor irgendein haus gehen und da die ganze zeit die leute abhaten die ganze zeit beleidigen und sowas happy family Leute ich weiß es ist nervig aber ich werde jetzt nein ich werde immer aufstehen nachdem ich irgendwas am computer gemacht habe und das nicht sein muss ok ich habe zwei backtors das weiß ich ok jetzt schaffe ich 83 wie sagt ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich tue ein chat ich will nicht mehr du sollst mir eine frau suchen wie finde ich eine frau für ihn abschließen das fenster zu machen hier ist kein fenster offen wo finde ich eine frau chat den puppenkopf hängst du an die tür wo eine frau wohnt wo finde ich raus wo eine frau wohnt oh wer meins 8 275 lauschen wir cracken das wlan dann suchen wir eine frau kein bock dass der typ mich einfach killt was ist das überhaupt für ein bild warum habe ich sowas das kam jetzt weil ich auf diese seite gegangen bin oder wie diese dollmaker seite oh warte mal starface ok es ist wie gar ich will jetzt ein pc aus so jetzt eine frau ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 vielleicht bei der rezeption irgendwie gucken ob eine frau wohnt ich hätte bevor ich runtergehe hätte ich eigentlich was bestellen sollen hätte ich das beiß in einem street machen können ist im dokt wie kann ich das ding hacken im briefkasten oder sowas die namen dran stehen wir haben von notre party ist jetzt Box A ist broken Conjuns has your mail No mail pick up Monday Und Nancy Die eine Party gemacht hat In der Comments Area also hier oder wie Okay Chat wie finde ich die Frau Niemand meinte gerade bei 801 War ja Das Schloss kaputt Welcher da Die Idee war schon richtig Okay Ich muss irgendwie unten den Rechner hacken Vermutlich 805 806 803 804 801 Hm Hm Dann vermutlich ein bisschen Zeit dafür Ist das Wifi Äh was war es noch mal? Garface 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 Ich bin zugekwerde Okay ich mach jetzt den Hack What the fuck Clean One more you want No Okay wir haben viel Geld Wir haben richtig viel Geld Chat, was holen wir uns, was holen wir uns, was holen wir uns Chat? Motion sensor? Police scanner, werر vielleicht auch gut. Ne LOL P-disk lololololololololololololololololololololcol Blue Whisper, diese matching einen unseres TI a guy dr homicide Conflictes Data-Complicton 14 in Pedro, Maskeb exempts die S Poseböke Hör in Aqu ep f 1 A good combo to have when you're remote, motion sensor, audio, cue and police scanner. Und wir holen uns einen Motion Sensor und noch einen Remote VPN. Und hier können wir uns den holen. Wir haben uns noch einen Backdoor Hack. Oh, wir können hier noch einen Audio Alert kriegen, wenn der Motion Sensor getriggert wird. Das wird gerade geshippt. Motion Sensor ist schon da, wir warten noch auf das VPN. Wir gehen jetzt nochmal schnell hier ins Internet. Ok, ist clear, ist clear. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, hier hat man, nee, Hot Burner, hat man Hot Burner, Hot Burner, Hot Burner hat mehr. Rose Destruction. Rose Destruction. Ehm, guck mal, als bei Zero das durch, übersiehst du was, also Marketplace. Zero, übersiehe was, Key Queue, have a hard time finding the keys, this handy little tool will notify you on the bottom right of A and N if there is a key on the side. Oh, und ich könnte ein Virus haben. Ok. 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 Ok, das ist ja so ein richtig altes Gerät. Warte mal. Guck gleich mal kurz was. Guck jetzt mal hier Seiten durch, ob hier irgendwas online geht. alles geschickt hier das war so eine floppy disk können vielleicht damit den pc unten vielleicht hacken das ist nun richtig als gerät da unten könnt ihr könnt doch vielleicht der wettbewerb sein oder ich brauche 135 credits das coins ich bin der chat immer noch bei mir auf jeden fall aktuell nicht ich habe zero probleme aber leute haben anscheinend probleme dass der stream immer wieder mal buffert vielleicht das twitch gerade so ein bisschen überladen ist hast du ja gerade ja aber das wusste ich ja nicht ich will kein atmen ja 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 Ich kann nicht noch einen Run machen Chat, das Problem ist nicht, dass ich keinen Bock hätte, sondern meine Nachbarn, dass die mich sonst vielleicht umbringen. Oh Gott, ich bin komplett am Ende. Chat, wie wärs? Wir können das jetzt jeden Freitag machen, also jeden Freitag einen Run machen. Und der Ziel ist es erstmal, einen Key zu finden. Auch ein Studio. Und falls ich auf dem Studio streame, können wir auch mehr Runs machen, aber wenn ich von zu Hause streame, kann ich ja nicht so spät noch ein Horror-Game spielen. Aber das versteht ihr ja. Das Ding ist, ich kann es nicht abstellen, dass ich schreie. Wenn ich irgendwie verhindern könnte, dass ich so hart rumkreische, dann okay. Aber ich kann mich selber nicht beherrschen, was das angeht. Ich bin einfach super schreckhaft. Ich werde auf jeden Fall nie wieder auf diese Seite gehen. Holy shit. Ich werde nie wieder auf diese Dollmaker-Seite gehen. Ich werde schon den Nachbarn die Polizei rufen, weil sie denken, nebenan wird noch ein kleines Mutti gestochen. Ja. Ich weiß, dass das vielleicht für mich eigentlich gerade ein bisschen enttäuschen, aber ich muss da auch Respekt haben vor meinen Nachbarn. Ich bin komplett fertig im Leben. Ist da einer der Nachbarn hinter dir? Mono? Hör jetzt auf, Mono. Hör jetzt auf. Ich bin doch komplett nass geschwitzt. Voll in Achselschweiß. Ich weiß gar nicht, wie stressig das für mich ist. Ich bin extra richtig ruhig geblieben in einigen Situationen. Ich war so angespannt die ganze Zeit. Also vom Gefühl her war es für mich permanent 110 Puls, mindestens. Vom Gefühl her. Boah. Ich bedanke mich noch bei Iktribble für 98 Monate. Tasse hat für 39 Monate gesabtschreibt. Na du Püppchen. Tasse. Und Banana27Goal hat für 23 Monate gesabtschreibt. 23, 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 23. Und noch ein paar Mal mehr. Vielen lieben Dank, Leute. Trink ich so viel Wodka und schwitzt auch nicht so sehr. Jaja. Oh Chat. Was machen wir denn jetzt noch? Was machen wir denn jetzt noch? Jetzt ist ja auch genug Zeit, um das mit dem Vorhang zu erlegen. Okay. Jetzt mal Real Talk. Ist irgendwas mit irgendeinem Vorhang hier am Abgehen? Oder was geht? Was passiert hier? Ihr teut mich doch die ganze Zeit. Hier kann sich doch kein Vorhang bewegen. Mein Willkontür ist zu. Und ich habe kein Fenster sonst in dieser Wohnung. Da wackelt. Hä? Welcher Chat? Welcher von denen wackelt? Wackelt der hier? Oder der hier vorne? Welcher wackelt? Welcher wackelt? Welcher wackelt? Der hintere? Der hintere? Ich verarsch mich doch. Der hintere kann gar nicht wackeln. Ist unmöglich. Außer. Da ist irgendetwas hinter. Oh, bitte. Heißt ja, da ist nichts. War ne Katze